Sie fordern etwas, was man mit Ihrer Jugendrichtertätigkeit so gar nicht in Übereinklang bringen kann. Erstmal, Sie fordern die Freigabe von Cannabis. Warum? Die kontrollierte Freigabe von Cannabis, das ist besser gesagt. Warum? Also mein Bruder, das liegt in meiner Kindheit, mein Bruder ist wegen Cannabis in den Knast gegangen, hätte da nicht hingehört. Ich halte es für unsinnig, mittels Strafrecht gegen Cannabiskonsum vorzugehen. Ich zahle nur auf, dass in Holland letztlich weniger Jugendliche und Heranwachsende kiffen, obwohl dort ein liberaler Umgang gemacht wird. Wenn ein Gesetz nichts bringt, dem gehört es in den Müll. Ich würde gerne das Geld, was in diese Kriminalisierung reingepackt wird, in eine vernünftige Präventionsarbeit hinsichtlich aller Suchtverhalten, Alkohol, Schokolade oder sonst was reinbringen. Ich würde es krim, es würde es besteuern. Und man schafft auch die Beschaffungskriminalität, was eine weitere Reduzierung von jugendlichen Gewaltstraftaten oder insgesamt allgemeinen Straftaten bedeutet. Gegenargument, auch was Ihren Bruder betrifft. Cannabis war in seinem Fall offenbar die Einstiegsdroge und sein Schicksal ist kein schönes. Er hat Heroin genommen. Jetzt kriegen wir unseren Schluss vielleicht doch noch in den Köpfe, obwohl das so harmonisch lief heute. Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Wenn das behauptet wird, ist das genauso ein Schwachsinn wie umgekehrt. Die linken Schwachsinn-Arrest ist immer das Schlimmste überhaupt. Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1996 schon festgestellt. Und die haben sich diverse Wissenschaftler aus dieser Welt geholt. Weil es gibt so wenig Heroinabhängige im Verhältnis zu den Millionen von Cannabiskonsumenten, dass es gar keine Einstiegsdroge sein kann. Bevor Sie mich schlagen, Herr Müller, würden Sie die Formulierung akzeptieren, in bestimmten Fällen kann Cannabis eine Einstiegsdroge sein? Nein, würde ich auch nicht. Cannabis kann zu Sucht führen. Es sind sicherlich junge Menschen in Deutschland auch nach Cannabis süchtig. Dann muss ihnen geholfen werden. Das macht man aber nicht mit Strafrecht. Was ich fordere, ist ein offener und ehrlicher Umgang mit jedem Suchtmittel in diesem Staat. Mein Vater war Alkoholiker, mein Bruder hat gekifft. Der eine ist dafür in den Knast gegangen, der andere ist gestorben. Wir müssen einen Umgang finden, der vernünftig ist. Auch Patienten zum Beispiel können mit Hilfe von Cannabis ihre Schmerzen absiegen. Auch das ist in Deutschland nicht möglich, weil wir eine ideologisierte Rechtsprechung haben. Die sollen mit dem Verstand daran gehen. Und der Verstand sagt mir, Legalisierung ist allemal besser als Kriminalisierung und führt dazu, dass wir auch weitere Straftaten im Jugendbereich reduzieren können. Auch hier rege ich mich auf. Und mein Verstand sagt mir, dass wir dabei sind, ein neues riesengroßes Fass aufzumachen, das wir heute nicht mehr füllen können. Ich bedanke mich, dass Sie da waren.